Musik Hallo, ich bin auf dem Weg nach Trien und dabei möchte ich möglichst viele mitnehmen. Und dafür habe ich das hier mitgebracht. Und was wünscht ihr dem deutschen Team? Bagen-Württemberg und das Geschütz-Burghof wünschen... ...Sinapolz! Und was wünschst du dem deutschen Team für Trien? Rock die Staaten! Also für Trien alles, alles Glück der Welt. Hau die, wie die Amerikaner sagen, haut richtig einen raus. Ihr packt das, wir glauben an euch und die Fahnen werden von zuhause geschwenkt. Wir wünschen euch alles Gute und toi toi toi! Ich wünsche dem gesamten Team, dass sie die deutschen Farben in Trien sowohl sportlich als auch gesellschaftlich optimal vertreten. Am besten mit Gold, Gold, Gold! Natürlich große Erfolge, möglichst viele Medaillen und eine Qualifikation für die olympischen und paralympischen Disziplinen, dass wir alle eine super sportliche Party zwei Wochen in Trien feiern können. Wir wünschen unseren deutschen Reitern bei der WM in Amerika alles sehr, denke ich, Gute und ganz viel Erfolg! Tolle Erfolge mit guten Pferden und mit gut bezeichneten Ritten und ich bin ganz sicher, dass das auch gelingen wird. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen für Trien und hoffe, dass auch wirklich jeder das erreicht, was er sich vorgenommen hat. Alles hat endlich Gute und viel Erfolg vor allem. Bringts viele Preise mit! Wir freuen uns auf tolle Ritte in Trien und wünschen unserem Team viel Erfolg! Jihau! Wir drücken euch ganz doll die Daumen! Wir wünschen dem deutschen Team... Good luck! Uns hat noch eine weitere, ganz besondere Glücksbotschaft erreicht, und zwar aus den USA. Schauen wir doch mal, was Martin Riechenhagen, CEO von ECO, der Muttergesellschaft von Fendt und gleichzeitig internationaler Reitsportexperte unserem Team somit auf den Weg gibt. Wir melden uns hier aus der Zentrale von ECO in Atlanta, Georgia in den USA. Das beste Pferd im Stall von ECO ist das Dieselrotz, Fendt. Fendt ist Technologie-Weltmarktführer und der Sponsor der deutschen Mannschaft bei den Weltreiterspielen in Trien. Wir wünschen der Mannschaft alles, alles Gute, vor allen Dingen zuerst einmal den Pferden, einen sicheren, gesunden Transport, ein schönes Turnier. Wir wünschen den Reitern eine erfolgreiche, leichte Hand und alles Gute. Wir sind sicher, dass die Deutschen auch diesmal toll abschneiden werden. Toi toi toi, alles Gute und viel Spaß in Trien. Ich werde selbst auch vor Ort sein mit meiner Frau und wir werden uns die ganze Geschichte gemütlich von der Tribüne aus angucken. Ja. Wir wissen,ikkend. Einer imperialisier.